Hey, ich bin Marie und ich studiere BWL. Zur Zeit mache ich ein internes Praktikum bei OrgaTV. In meiner neuen Breitragsreihe Beyond the Mainstream zeige ich euch außergewöhnliche Aktivitäten neben dem Studium. Ich schwelge immer in Erinnerung, wie schön es doch war mit dem Lukas zusammen bei OrgaTV. Deine Augen sind wie ein weiter Ozean, der unter den endlichen Weiten des Horizonts versinkt. Ach Lukas, ich möchte auch in deinen Augen verlegen. Dein Blick trifft mich wie ein Blitz, wenn ich dich doch auch nur so verzaubern könnte wie du mich. Deine verspielte Seite hat mich so umgehauen. Dass du so oft mit mir essen warst, hat mir gezeigt, dass du kein Kostverächter bist, genauso wie ich. Auch deine Geschicklichkeit ist beeindruckend, vor allem mit Stäbchen. Ah, wie sexy. Deine sportliche Figur und dein Outfit sind einfach so süß. Gesucht wirst du, du schöner Herr, mein Herz sehnt sich nach dir so sehr. Die Erde bebt, wenn ich auf ihr stehe und auf dein schmuckes Bildchen seh. Wo wir beide Kürbis schnitzen und unsere Herzen sich erhitzen. Ja, ich will mit dir Lego bauen, mich auch ins Hutas mit dir trauen. Und auch zum Döner sag ich nicht nein. Ja, lass mich dein Sushi sein. Ja, lass mich dein Sushi sein.